Nach außen hin proklamiert man den Klimawandel. In Wahrheit ist man sehr abhängig von dem billigen Öl, weiß gar nicht ohne das. Also fast alle Länder haben unterschrieben, aber wir haben ja 220 Länder, also 191 Länder haben unterschrieben von den 220, die die Welt hat. Und von denen wiederum, die meisten haben nur unterschrieben, dass die 61 sich anstrengen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und letztlich dadurch die Brennstoffe für sie freizubringen. Das ist ja was ganz anderes als Kooperationsvereinbarung, die auf Rezeptität basiert, wie wir das vorhin gesagt haben. Ich zeige Ihnen hier mal, was das für die CO2-Emissionen bedeutet. Also die grünen Länder in diesem Sinne, dass sie sich selber zu quantitativen Mengenbeschränkungen in Paris verpflichtet haben, die 61 sind verantwortlich für ein Drittel des CO2-Ausstoßes der Welt, 34,5 Prozent. Wer ist denn nicht dabei und wer ist dabei? Also nicht dabei ist erstmal China. Dabei sind nominell die USA mit der Einschränkung, die ich gebracht habe, die 27 EU-Länder, Russland, Japan, Kanada, wobei das bei Russland ja auch nicht ganz klar ist, was sie damit meinen. Indonesien, Saudi-Arabien, wundert nicht, Südkorea, Industrieland, Iran, die internationale Schifffahrt und Indien ist insbesondere nicht dabei. Und dann gibt es noch viele kleine Länder, die man nicht jetzt hier im Einzelnen aufführen kann. Die sind zum Teil dabei, zum größeren Teil nicht dabei. Nur, dass wir mal ein Gefühl kriegen für die Größenordnung und wissen, worüber wir hier überhaupt reden. Und bei den 27 EU-Ländern ist es so, dass Deutschland hier das größte Land ist. Weltweit 1,8 Prozent tragen wir zum CO2-Ausstoß bei. Italien 0,8, Polen auch 0,8 und Frankreich auch nochmal 0,8. Und dann kommen hier mit dem grauen Zwackel daneben die anderen Länder. Also wir sind weit, weit weg von dem Klimaclub, von einer irgendwie tragfähigen Kooperationsvereinbarung. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass im Überschwang der Gefühle und auch der sozialen, moralischen Verantwortung, die wir Deutschen hier insbesondere empfunden haben, letztlich utopische Ziele festgelegt wurden, die, dafür wird sich mein letztes Hemd, auch nicht annähernd erreicht werden. Was haben wir denn beschlossen? Nun, wir wollen die CO2-Emissionen von 100 Prozent auf Null reduzieren. 100 Prozent ist im Jahre 1990. Da war nämlich der Eisern im Vorhang gefallen. Und hier am rechten Bildrand wollen wir auf Null gehen bis 2050. Konkret haben wir uns dann sogar Zwischenziele gesetzt. Das Kyoto-Ziel für 2020 ist eine Reduktion um 20 Prozent für die EU-Länder insgesamt. Und Deutschland hat ein nationales Ziel gesetzt, um 40 Prozent zu zieren. Und was wurde erreicht? Ja, das sieht schon ganz gut aus. Die EU hat ihr Ziel erreicht. Und Deutschland hat das Ziel auch gerade erreicht. Jetzt muss man aber sagen, der letzte Abschwung ist Corona-bedingt. Ohne Corona wäre das ja nicht gewesen. Und ohne den Untergang der schmutzigen Industrien der DDR, die ja auch noch da drin sind, wäre es auch nicht gegangen. Also die low-hanging fruits, die haben wir jetzt alle gepflückt. Und die mühsameren Teile, die höheren Früchte, die kommen ja jetzt erst. Das wird sehr, sehr schwierig. Jetzt wollen wir bis 2030 in der EU um 55 Prozent runter und Deutschland um 65 Prozent. Deutschland hat hier ziemlich das ehrgeizigste Klimaziel. Und da Deutschland schon mal der größte Teil der EU ist, ist das der Hauptgrund dafür, dass die EU runtergeht. Und dann wollen wir, dann haben wir in der gleichen Zeit ja auch noch den Atomausstieg. Dieses Jahr soll, immer noch ist das die Beschlusslage, sollen die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Letztes Jahr sind schon drei abgeschaltet werden. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Wir werden uns am Ende des Jahres nochmal wiedersehen bei dem Thema. Aber im Moment ist das die Beschlusslage. Und trotzdem will man dann so weit runter. Dann muss man ja im restlichen Bereich umso stärker runter. Und dann will die EU eben um 100 Prozent runter bis 2050. Und Deutschland will bis 2044 schon um 88 Prozent runter und 2045 um 100. Das wäre absolut utopisch. Und ich finde es schade, wenn man sich so utopische Ziele setzt. Weil wenn die Leute dann merken, dass man das ja nicht erreichen kann, dann werden sie sich frustriert möglicherweise abwenden. Also Ziele müssen schon irgendwie auch realistisch sein. Dass das utopisch ist, das wird vielleicht klar, wenn wir uns den Energiemix mal anschauen. Für die OECD, die EU und auch für Deutschland. Die OECD-Länder, also die Industrieländer der Welt, verbrauchen oder beziehen ihre Energie zu einem Drittel aus Mineralöl. Einen knappen Drittel aus Gas, knapp 7 Prozent aus der Biomasse, sprich die Heizen mit Holz. Und wie früher viele es gemacht haben, Wind und Solar liegt bei 2,6 Prozent. Ich muss betonen, das ist der Primärenergieverbrauch. Das ist ja noch nicht der Endenergieverbrauch. Das hat dann mit Wirkungsgraden zu tun. Also ein bisschen addiert man immer bei diesen Statistiken Äpfel und Birnen. Da komme ich gleich nach. Wasserkraft 2,6. Alle Erneuerbaren liegen bei 12,5 Prozent in der OECD. Dann kommt hier Kohle noch und Kernenergie mit knapp 10 Prozent in der OECD. Das gleiche Diagramm kann man jetzt für die aufzeichnen. Das sehen Sie hier. Das ist kaum unterschiedlich. Nur, dass die Kernenergie ein bisschen mehr ist, weil Frankreich dabei ist. Statt 10 Prozent haben wir 14 Prozent. Wind und Solar ist auch ein bisschen mehr, weil Deutschland dabei ist. Und Gas ist insgesamt etwas weniger als bei den OECD-Ländern. Mineralölanteil ist derselbe, praktisch ein Drittel. Und jetzt Deutschland. Wieder sieht das Diagramm ähnlich aus, aber nicht ganz. Kernenergie ist weniger. Das sind die drei Kernkraftwerke. Ja gut, das ist 2020. Das waren die sechs Kernkraftwerke, die wir da noch hatten. Und die sollen ja abgeschaltet werden. Und wir haben hier Wind- und Solarenergie 5,5 Prozent. Viele denken ja, Wind und Solar ist ja eher 55 Prozent als 5,5 Prozent. Aber das bezieht sich dann immer auf den Strom. Hier geht es aber nicht um Strom, sondern um die gesamte Energie. Und das meiste geht ja gar nicht um, ein Fünftel der gesamten Energie geht ja nur in den Strom. Das meiste ist ja die Prozesswärme der Industrie, das Heizen der Häuser und so weiter. Der Strom kommt ja unter ferner Liefen. Und da haben wir dann hohe Prozentsätze, aber nicht über das Ganze. Ja, jetzt kommt das Thema Russland. Und bei der Gelegenheit auch noch mal kurz hier angesprochen. Wie abhängig sind wir denn von Russland bei diesen Energielieferungen? Naja, von den Russen kriegen wir Steinkohle. Braunkohle nicht, die haben wir selber. Und von dieser Steinkohle kommt knapp die Hälfte aus Russland. Dann Mineralöl kriegen wir aus Russland. Und davon kommt dann ungefähr ein Drittel, was ich hier mit der russischen Flagge sozusagen darstelle, aus Russland. Und von dem Gas kommt knapp, also gut die Hälfte aus Russland. Und jedenfalls noch 2020. Wir sind ja dabei, dass es jetzt so reduziert in eure Daten gibt. Es sind jetzt schon in 2022. Wenn der liebe Gott mir helfen würde, könnte ich Ihnen eine Statistik über 2022 geben. Es gibt noch nicht mal eine für 2001. So, und das ist schon viel. 30 Prozent der in Deutschland verbrauchten Primärenergie stammt aus Russland. Und selbst wenn man jetzt einen Wirkungsgrad von der Hälfte, 50 Prozent oder so, ansetzt, dann bedeutet das, dass man daraus dreimal so viel Strom machen kann, wie derzeit aus der Windenergie und den fotovoltaischen Anlagen kommt. Wobei noch nicht berücksichtigt ist, dass der Strom aus diesen Anlagen wegen seiner Volatilität und seiner Nichtsteuerbarkeit ziemlich minderwertig ist. Das ist ein anderes Thema. Man kann eigentlich nicht Kilowattstunde gleich Kilowattstunde hier setzen. Das zeigt, wie groß das Problem ist, was wir haben. Also die Vorstellung, wir könnten jetzt hier mit dem Wind- und Solarzwackel da unten schnell so ausdehnen, dass wir den ganzen Rest, der da aus Russland kommt, ersetzen, ist abwegig. Also bis dahin ist der Krieg dreimal, viermal zu Ende, solange er dauern wird, mag. Das geht gar nicht. Wir haben ja so fürchterlich viel Kraft schon investiert, insbesondere in diese Windanlagen. Die deutschen Landschaften sind ja übersät mit Windanlagen. Dafür haben wir viele Jahre gebraucht. Und die wenigen Jahre, die uns bis 2045 bleiben, sind ja nur noch 23 Jahre. Also es ist gar nicht vorstellbar, dass das in irgendeiner Weise gelingt. Man muss da gar nicht im Einzelnen rechnen. Das geht nur über Propagandamedien. Die können den Eindruck vermitteln. Jetzt wollen wir eben auch noch gerade aus der Atomkraft raus. Wir wollen aus der Atomkraft raus und aus der Kohle raus. Das sind die beiden einzigen Energiequellen, die uns autark machen und uns unabhängig machen von Russland. Das kommt ja jetzt erschwerend dahin zu. Und Atomenergie ist ja nun mal grün und CO2-frei. Wir Deutschen sträuben sich die Nackenhaare, jedenfalls wenn wir grün sind, dass das als grün bezeichnet wird. Das ist aber offiziell. Die EU hat die Atomenergie offiziell als grüne Energie klassifiziert. Und das hat gewaltgerechtliche Implikationen. Weil in Zukunft die grüne Atomenergie aus Frankreich alle Privilegien bekommen muss. Sonst verletzt man das Wettbewerbsrecht, die hier andere grüne Energiequellen in Deutschland bekommen. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind es Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten. Und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer eins. Ganz sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen. Beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. Eine Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen? Wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentlicher Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach eine Million in Gold durch die Gegend kamen. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommenssteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50 Prozent bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020